So, wir präsentieren euch heute effektiv laufen. Wichtig beim effektiven Laufen ist, dass ihr nicht zu schnell lauft. Beim Atmen ist wichtig, durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Achten solltet ihr auch auf die Armhaltung. Sie sollten nah am Körper bleiben und nicht zu weit mitschwingen. Ihr solltet auch darauf achten, dass die Füße nicht zu weit vom Boden abheben. Zum Abschluss ist zu sagen, dass ihr nicht zu weit rennen solltet am Anfang und euch langsam steigern solltet. Wir hoffen, wir konnten euch helfen. Schönen Tag noch!